ja hi und willkommen mein name ist an die welt hier und spiel zurück zu let's play star wars jedi war da kam schon wieder so eine blöde wespe die mich gestochen hat sich noch so ein bisschen gestreckte wollte ich eigentlich aufnehmen aber was soll es haben wir weiter cobo hier entschuldigung ein bisschen erkundet und erfahrt man jetzt bestimmt sicher warum ich jetzt hier wenn mich hat diese theorie irgendwie interessiert hier ist das grüne und ich glaube da muss man so nennen so ein exklusives ding hin leiten deswegen kommen wir mal dahin der vielleicht ist da irgendwas supergeil ist ein neuer steampag oder irgendwie so hat ne den will ich natürlich so früh wie weg haben ich weiß nicht ob man überhaupt schon wieder hört aber ich nehme an das hört man nicht in der aufnahme aber wenn ich hier die karte öffnet er dann dann hört man durch mein controller wieder was ich auch zum ersten mal gerade erst bemerkt habe weil ich habe ja die ganze zeit kopfhörer auf deswegen deswegen mehr höre ich da gar nicht ich höre gar nicht wenn ich die karte aufrufe irgendwo hier müsste das sein ich habe es nicht gesehen irgendwie voll verzögert gerade die karte geöffnet deswegen da ist das ich habe eigentlich schon voll viel früher die karte geöffnet und ich habe nicht gewusst ob die zeit dann irgendwie weiter geht so außerhalb des spiels da war ein bisschen merkwürdig da war soll man die ganzen sachen noch mal eine kleine dinge hat mich gerade jetzt auch gerade noch was ich aber ich glaube dass der neue überriste von der wand nicht aufgesprengt habe da hinten war das da hat mich doch mal versuchen aha da werde ich sicher unerkommene ohne zu sterben oder hätte ich mit der ok mit der band hätte ich darüber laufen müssen so jetzt hat man nicht ich kann wir nicht das ist langweilig wann ist hier endlich mal was los ich will einfach aufständische erledigen unser befehl lautet wache halten nicht jagen komm schon langweilst du dich etwa gar nicht meine schallkreise klemmen schon ja mein blaster könnte eine kalibrierung vertragen aber darum geht es nicht bleib auf deinem posten ich muss ja da kommt irgendwas da war schon ich wusste da kommt irgendwann noch ich habe also ich habe gewusst da kommt noch irgendwer ich habe erst gedacht da kommt noch irgendwie so eine mine und so ne aber ne so was kommt hier genau jetzt gehen wir ja wieder von den umweg sehe ich gerade so gesehen irgendwo ging es ja gerade nach oben und dann gehen wir okay da tun wir ja gott ich habe es gerade noch gehört dieser angriff gefällt mir wenn ich das irgendwie sind vier zu kurz die reichweite ich habe es jetzt nicht wirklich eine beschreibung was ist da los ich wollte sagen bis dahin wirst ja wohl nicht treffen da kommt schieß schieß kommen du auch da kann mir mal so viele so viele sachen irgendwie zum ersten mal hier wissen dann kannst du da gar nicht damit rechnen also irgendwie so beginnertrap irgendwie da kann man denn da kann ich irgendwie das ding ja anschmeißen von mir ist jetzt ja aus wie so ein aufzug die man hier der jetzt gebiet da unten hier mit verbindet sah gott wer gefunden haben ein trip dauer schon wieder wer hat gemacht macht es denn zwei maximale mord erhöht sehr cool das ist der aufzug auf kürzungen freigeschaltet okay so einen kleinen nebentrip hier gemacht hat es doch gelohnt ne so jetzt muss man wieder zu dem einen ort zurück da wird es wieder ein bisschen schwer aber keine ahnung ich habe irgendwie gesehen auf der karte da war irgendwie so mal grün ist ne ich meine dachte ich gehst du doch mal kurz zurück und gehst du kurz abholen so ich muss ja nicht da irgendwie was ist ne war falls dabei ist dann geht da mal kurz abholen das ist da wo ich letztes war ja ich habe da so ein kreuz gesehen dass mein tolles punkt weiß übrigens nicht genau wo ich hin muss ne ich nehme an ich musste einfach nur den weg entlang folgen aber darum sind zu viele druiden und ich will ich will die situation noch mal probieren weil meine strategie war diesmal mit einem doppelgeschwetter einzugehen und die ganzen druiden da eiskalt hier mit blaster schüssen ja so weit die theorie jedenfalls ich weiß gar nicht ob ich da hin muss aber kommen wir mal da sind eine menge normal drehen naja ich habe auch ja 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 ich werde auch irgendwie irgendwie so einen sicheren ort irgendwie zu finden weil ich muss die ich musste ich stehen auf meiner ja dann habe ich ja ich mein verleiht ich war lecker wo man irgendwie sicherheit sein kann ja ich habe gar keine heilung sich gerade nach hause ja jetzt runter zu gehen wird mir natürlich nichts bringen weil dann sind die wieder nach hause ich weiß nicht wie man diese situation macht im moment ich habe auch jetzt den angegriffen der mir nämlich irgendwann mal erklärt hat ich weiß es nicht ich habe irgendwie so ein ding eingesammelt naja 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 das punkt sehe ich gerade stimmt ich meine bei diesen vierern gestorben ich habe den angegriffen das macht er mit da bist du eigentlich kommen wir ja noch ehrlich sagen wir einfach nur natürlich schauen ob ich wollte noch meine erfahrungsmutter wiederholen du blöd ich wollte gar nicht gegen die kämpfen boah ich fand nicht dass die so viel schaden machen und die situation ist ja so blöd weil die sind immer jetzt direkt hier unten ich muss mich dann immer erst durch die durchkämpfen da war ehrlich wenn er jetzt noch einen schlag reingehauen hätte ne da wie tut man eigentlich noch mal leute hier hypnotisieren ja herr mit damit ja warte mal eine klippe jetzt werde ich schon irgendwie so schwer ist da eigentlich gar nicht da war nicht mal so schwer aber mein passag gut gemacht mache ich die frame rate kaputt gerade da sind nicht da nämlich mit einschlag die klonkriege waren schließlich nicht als gestern sagen wir mal weiter ich nehme an hier bin ich auf dem richtigen weg man ist er also mal jetzt nehme an weil ich hier die ganze versuche sind irgendwie schwierigere sachen als eigentlich was ich machen muss ich muss da oben lang wahrscheinlich ich muss da oben lang wahrscheinlich bin ich dann kann ich mich hier irgendwie unternehmen nehmen ich habe auf der karte und ich lage da ist kann ich da auch klettern ist da irgendwo hoch oder da da vielleicht habe ich dann da hoch ich habe gehört hallo ja der hatte mich zu den dingern hingelockt habe ich schon gedacht der hinterlässt irgendwie sowas letztes mal habe ich nämlich eingekillt und er hat nicht hinterlassen und habe ich irgendwie verdächtig habe ich dachte ich würde irgendwie so eine datendiskor oder so wieder bekommen soll hier muss ich wahrscheinlich hin war gott ich erkläre ich einfach ich kann nicht hin okay also langsam ja ne abkürzung ne da komme ich da hoch ist nach gelbe dingen hier hier warte mal ich kann mir also eine markierung machen du bist du denkst okay cool ja mit der übersicht da muss noch so ein bisschen es hat irgendwie drin ist da komme ich auch nicht hoch war gerade hat schon wieder diese viecher sich gerade nein danke hier ist ein lebensgefährlich noch im schluss so ja ja das war okay gehe ich die ganze zeit irgendwo hin wo ich noch gar nicht hin soll ich freue mich wieder zu sehen ist lange her vielleicht weiß ja wo die anderen sind sie aber in der vergangenheit gefangen märin ging auf wanderschaft alte geschichten so bedeuten sich in der vergangenheit kann ich habe das gefühl jetzt nicht so freundlich ok wir sehen unfreundlich aus das muss gehackt werden das muss gehackt werden so wird es gemacht wo er und nun gar nicht so da war ja oben lang da habe ich mehr also das hat hier geöffnet erwarte ich sehe schon da muss ja nicht gemacht werden ok da kann man aus den ersten teilen bestimmt hier lang was ja nicht was ich ja gerade mache aber wenn wir schon gemacht haben in diesem hier haus oder auch nicht noch so ein bisschen unsicher gerade gott ich vor allem kann ja die ganze zeit diese augen hier was wir insekten augen video anstarren da haben wir noch schönes warum sollte ich herkommen ich mag dich nicht und du magst mich nicht das stimmt aber ich war weniger als die anderen in diesem hoffnungslosen ort und ich glaube du siehst das genau was willst du damit sagen ich will sagen das hier ist ein reines welt und wenn dir das nicht gefällt der erste schritt da ist gris meinig grace wo bist du da drin ich habe schon die sind joda todesschreie von lego star wars ich habe da der truhe oben gesehen habe ich hin danke ich weiß nicht ob das so gedacht war aber nämlich taktisch was ist das unterteilen nein ich kann ja auch das ist aber nicht färben dann nehmen wir es hat ich sehe definitiv aus wie jemand der irgendwie ein paar jahre geflüchtet ist ok da ich noch mal hier ein bisschen relativ verdächtig aus tage du hast wohl geglaubt du könntest uns reinlegen das war doch alles so ein missverständlich hey lass ihn los das wird nicht gehen dieses ding verkaufte uns ein unbezahlbares relikt den schlüssel den wir so lang gesucht haben das geht doch relativ nett natürlich ist die 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 ein bisschen aus wie die von riemann zeigt uns ein freund hier wieso seinesgleichen tot sein sollte zeigst du hast erreichst wir werden gleichzeitig angehalten aber die kriegen immer den treffer verein was dann hier mit es ist ausdauer auf einmal wenn ihr noch mal kämpfen wollt dann nehmt ihr uns nach so vielen jahren einen deiner art in aktion zu sehen jedi retter wenn sie ihr schwer zügeln sie ich friedlich von dann ein bisschen zu früh gewesen aber gegen den kämpfen ja ich bin kann das ist so komisch aus mit dem bad gegen gelassen grenzgebiet überleben nur weil wir zusammenhalten versteht ihr allerdings ich bin sicher wir beide können davon profitieren ich glaube ich werde zufrieden gewesen wenn der tod gewesen wäre zeigt dass ein boss gewesen sein ich meine nicht viel ausgehalten ich kann dir gar nicht sagen wie dankbar ich bin dass du mich gerettet hast gern geschehen und diese geschmeidigen bewegungen unglaublich wo hast du das gelernt hatten wir uns nicht geeinigt nicht darüber zu reden ja richtig natürlich aber könntest du mir trotzdem mal ein paar tricks beibringen ich will nicht dass du dich selbst verletzt aber doch mal sagen das kann ich am besten okay jetzt wo ich da aufrufen die waren aber nicht größt also von daher sind wir ja noch nicht fertig ich sage irgendwo hier müssen wir finden ein paar andere leute getroffen zum bekannten kreis ein bisschen erweitern das gefühl soll ja noch nicht sein gott hier wartet dass ich irgendwann ein boss auf uns das sieht aus wie so ein perfektes gebiet wo irgendwie so im ersten teil gab es irgendwie sind mini boss wie immer so zufällig aufgetaucht sind so kopfgeld jäger und so sagt für irgendwann taucht hier irgendwie so einer auf nämlich so hat von danach aus so ich bin die ganze zeit zu türen die ich noch nicht öffnen kann okay so war weiter kreis ist die hau zu irgendwie seine obdachlosen version von einem jede trucker fahrer eigentlich habe ich gesehen das hat hier ich habe nahm nehmen ist direkt hier kann es nicht sein das schatz zu genau hier ich komme nicht hin da gibt es jetzt nicht was ich gehe überall hin und ich will die story irgendwie von mir verlangt da irgendwie reinkommen das heißt nicht man bin der generell und die mitruhe ist auch von oben ein und dann nach oben bin ich irgendwann da einfach sprung oder so ich meine die antwort ist wahrscheinlich irgendwann komme ich dahin oder auch nicht wenn ich da jetzt schon dran kommen kann dann bitte nicht sagen dann halt habe ich halt den fehler gemacht und da war ich jetzt denke ich kann da jetzt schon da nicht hin und ich finde den sich im weg will ich jetzt nicht direkt wissen doch eigentlich kannst du schon dahin ist dann halt mein problem ich gehe überall hin wo ich nicht hin soll wahrscheinlich ja er geht nicht auf mich los aber ihr seid ja angeblich ungezähmt seien ja gut wenn ich dort so ein paar fahrungsmaterial finden wir daher bist du was auch was eine miene hinter dir aber ich habe keine macht ehrlich er ist jetzt nicht wer ja super mein gott da ist schon wieder mein heil ding weg ich habe die ganze zeit versucht übrigens ja dings ja weil ich wahrscheinlich wegrennen ich will einfach ihre minen gassi er sagt haben die mich noch erwischt gibt es nicht das spiel gibt mir schon so viele optionen ob gott jetzt dann ich werde da ganz hinten ja ich will die ganze zeit hier die blöden macht den auf die diese blöden minen auf die werfen ich will die ganze zeit diese blöden minen auf die werfen aber irgendwie kriegt die nicht anvisiert oder irgendwie wenn ich mal abgebrochen ich weiß nicht einfach nicht ich weiß nicht erst mal meine erfahrungsmaterial zurückholen nein ich werde von hühnchen verfolgt so war das normalen heil dingen ich habe schon wieder verpasst wir haben das schon wieder verpasst wo sind die einen typen jetzt da muss ich mir den weg da hochlaufen da wird einer dieser projekte wo ich irgendwie die meister nicht weiß wo ich hin soll ich werde die interaktion der ganzen leute richtig cool für sich von menschlich an sehr rohnisch es war das du ihn sind nicht ich werde nicht ich werde ich werde nicht aber nicht die die ich erledigen haben wir doch schon hat man doch schon nahkampf trug wieder ok gesehen sagen jetzt die anderen die mich erledigt haben da ist mein todeszeit torspunkt anscheinend aber irgendwie sind die gar nicht da ich sehe keine gegner sind die meins so ich habe meinen punkt abgeholt wo bist du das war ganz ehrlich habe ich schon die ganze zeit rum naja ich finde er nicht du machst außen posten freilands darum sich da reingehen ich dachte hier stand da davor mit dem weg hat den weg irgendwie blockiert ein bisschen es gibt auch so viele sachen die einige ablenken ganz ehrlich hast du gesehen in der ecke lungernd ganz geheimnis ist wie man in der öffentlichkeit so einen hut tragen kann ihr kopf sieht damit aus wie ein servierteller ok mit dem bild ist gar nicht in tag hier ja hier sind die raus habe ich schon wieder nicht gesehen ich suche einen alten freund vier arme vertikal beschränkt los komm raus altes haus die luft ist rein vertikals stecken die batman raiders werden der untergang von diesem ort sein es gibt keine hoffnung null nada niente wie geht's dir bitte ah moment oh kerl kerl lass dich drücken du sohn eines boglings ich hab dich vermisst lass mich dich ansehen das sieht furchtbar aus ja auch schön was ist mir dein gesicht passiert was dieser bart was sind diese haare und passt du auch gut auf die mentis auf bei unserem letzten job gab es etwas ärger was heißt denn etwas ärger imperialen ärger das war ja klar hier auf kobo treiben sie sich in letzter zeit auch wo skyrode mentis ist durchgebrannt wir brauchen deine hilfe um hier zu verschwenden ja klar das kriegen wir hin los setz dich schon hör zu monk gib meinem freund was besonderes zu trinken erfrischungen ein slippery monk kommt sofort willkommen in pylon saloon die beste absteige diesseits von seltris ja so wie du es hörst wird ziemlich gerecht hier was zum runterspülen monk und ich haben den laden vom vorbesitzer bekommen nachdem nun äh er hat sich eine tödliche blaster vergiftung eingefangen von den bettlam raiders wir hatten schon das vergnügen geht's dir gut greece oh klar sicher solange ich nichts hab was die wollen hey was ist der mentis passiert ja wir waren auf coruscant infos für sauererra ein holen es ging schief nur zwei von uns konnten fliehen alles was ich mache ist sinnlos und die macht des imperiums wird größer nicht das team getrennt hat das nichts wie früher ja wir hatten eine schöne zeit nicht wahr ich du die weltraumhexe sie hast du mal wieder mit ihr gesprochen märin ist ständig unterwegs erforscht neue planeten findet neue freunde ich hab's hier gemeint kleiner nein ist eine weile her wo ja ihre kredits haben uns geholfen den laden zu eröffnen aber hier war sie noch nicht sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen projekt hey karl wieso entspannst du dich nicht etwas bevor wir die mentis reparieren die galaxis kann für ein paar stunden waren wir sollten lieber schnell aufbrechen wenn wir hier fertig sind ich habe unten im keller einen raum extra für dich vorbereitet den solltest du dir ansehen kleiner in ordnung danke ich weiß schon ja mein antivirus öffnen habe ich das geld vorweg geklickt vor einer von ich da klark sätzlichen ticke sieht gris hatte schon immer ein auge für abgefahrene kunst meine maus war im weg gewick wo ist dieser raum steht sonst noch kleiner du wirst ihn lieben hinter der bar rechts durch die küche und dann die treppe runter kann sie gar nicht verfehlen alles klar das war der pascha geworden du kannst mir danken in dem du ein wenig schläfst du siehst wirklich furchtbar aus ich will sagen du magst mein bad nicht bestimmt nicht ich habe extra wachsen lassen wie das denn kein blaster in meinem gesicht keine verschütteten drinks und kein wildes gebrüll und der droide ist niedlich das ist bd1 ich bin kann wurde auch mal zeit dass ein paar neue gesichten ich heiße übrigens freut mich du bist doch schlechte news oder wie du meinst wie so ein klassischer kopfgeldjäger diese bühne hat schon bessere tage gesehen das kann nicht erlaubt sein nicht mal hier am rande der zivilisation ok oder wenn er hat irgendwie so ein trainingsraum für mich irgendwie so der keller muss da drüben sein so ein trainingsraum für mich irgendwie vorbereitet also ich weiß jetzt nicht was mir ja noch hier helfen könnte so ziemlich weit weg von der nächsten handelsroute anscheinend kommt gris mit bergungsgut aus das meter zorn paar gris hatte schon immer einen grünen daumen wusstest du dass du mit seinen pflanzen redet vorgängst werden auf kursen jetzt neue charaktere gespräche verfügbar ok 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 auf einmal kann ich mir so lernen überleben aber glaube ich schon alles so was wir haben wollen schnellere heilung mehr heilung führt ein teil der machtanzeigen mit einem step ok da die sonst wären wir ja noch nicht fertig da war nämlich eine sehr das nämlich eine sehr gute fähigkeit macht auch für die mitteilung ja bitte gebe eine sekunde ein paar sachen anpassen man schenkt dich vorsicht hinter kann derzeit noch hat euch ein spiel kein bad doch seit so einem moment aus es wird irgendwie der jüngere kerr also da kann ich mich ausrufen das sind wir uns später ich brauche jetzt ruhe scannen ist das hier ein altes schrottsammler warum hat grises aufgehoben ich weiß unheimlich warum musst du es machen was hat so dramatisch eingeladen hier ist halex hat sie ist das wohl hergekommen hat für ein ding ein instrument wo wir sind ach da so noch irgendwas an ein feld hat gewonnen ein bisschen besser nehmen wir dort wird überhaupt nicht alles klar wo ist das bett da ist das bett dann haben wir uns mal ein bisschen auf die nase ich meine auf die augen ich meine auf den mund ja definitiv richtig sagen wir immer noch albträume wie im ersten teil war glaube ich die erste interaktion im ersten teil der schon immer so gelblich haut hatte weil ich irgendwie so gläulich ich habe gehofft dass du mal vorbeikommst und ein päuschen machst es gibt immer ärger wenn ich irgendwo zu lange bleibe was gesagt hier liegt irgendwo ein ersatzgüro rum wir haben noch viel zeit um die mentis zu reparieren aber jetzt will ich ein bisschen über dich reden hier geht's gut je früher wir weg kommen desto besser und dann willst du vielleicht eine sorge rarer unruhe stiften womöglich ja wenigstens einer muss doch kämpfen witzig genau dasselbe hast du damals auch gesagt als wir uns getrennt haben ja weil ich hör zu ihr hattet eure gründe zu gehen aber für mich ist aufgeben keine option ich muss weiter kämpfen und wohin hat dich das geführt karl ich wünschte es wäre anders aber du verlierst immer mehr leute und du hast selbst gesagt dass das imperium jeden tag stärker wird womöglich wird es zeit dass du mehr bist als nur ein lichtschwert mein junge denk mal an dich selbst lass dich nieder finde ein zuhause ein zuhause gris es gibt kein zurück der orden ist weg wie auch mein lehrer ich habe alles verloren sollen sie etwa alle umsonst gestorben sein ich kann auch nicht den kopf in den sand stecken ich weiß du hattest es wirklich nicht leicht aber vertrau mir denn ich hab's erst auf die harte tour gelernt wisse wann du bei einem gezinkten spiel aufhören solltest sonst wirst du irgendwann etwas verlieren dass du nie wieder ersetzen kannst das ist ein schmuggler-tunnel kam zusammen mit der kantina geh und sieh dich um ich hab da unten ein paar ersatzteile ich wette dort wirst du alles finden was du brauchst um die mentis wieder flott zu machen danke ich weiß es zu schätzen karl darf ich dir eine sache sagen es tut wirklich gut dich wieder zu sehen grüß ich denke drüber nach pass auf wo du da unten hin trittst ja ich habe ein kleines problem mit ungeziefer ok was war ungeziefer reden wir reden wir von fallout red roaches so groß sind wie ich als der schmuggler steuern hatte immer ein paar geheimnisse im ernein neues gebiet direkt ok jetzt nicht gedacht habe ich sehr so eine kleine ich nehme jetzt mal eine kleine dungeon wird uns hier noch erwarten danke bd kein ausweg ablös wie haben die grieße erschreckt mit der interagieren du bist okay kam hast du grüß hier unten erschreckt ich weiß nicht versprochen jetzt ist er auf einem macht einen schub sind da rein nehmen das nein da sind mehrere viecher noch größere viecher leistungen was schönes ja ich werde mein zweites schwächern wir wechselt ich sehe die fücher nicht was hat das wäre so ein macht ding schön sie können verschiedene sachen geben macht gesundheit skill punkte wenn ich vielleicht bald für eine dinge ausgeben ich habe eingesammelt hat wird ja das gedacht haben wir so ein kleines wie ich zum glück habe ich meine waffe gezogen sein hier vorsichtig kommt die stollen wurden schon sehr lange nicht Gott okay verstaubt und verlassen erzeugt zum scannen noch mehr schrott was überlassen wir es grüß den schrott anderer leute zusammen und noch mehr schrott anzuheifen der geschütze ich habe gedacht ich kann das jetzt hier so deaktivieren so abkürzungs mäßig mit geschütze da hat da mehr als so eine stange zum zum ober schwingen gott meine reflexe sie sind krass ich habe mich auch hier war das mich raten noch mehr schriff ausrüstung das war praktisch wenn wir so ein teil ich habe ja ganz erfülle irgendwie im eimer ich glaube ich kann immer ein boss ich wollte auch noch nicht fertig mit erkunden und das meditationspunkt schneller wie bei grieße das sollten wir uns ansehen war klar ist nicht so einfach werden na gut wir haben erst 15 minuten lassen auch so ein bisschen was ich jetzt ein gestell reise machen so haben wir uns jetzt erst mal denken was uns hier macht halt wenn wir uns heilen mit einem teil der machtanzeigen mit seinen stimmen auf sehr broken was nicht bräuchte auch noch das reflexe fokussierter blick oder problem ist ich weiß ja nicht weil ich hier so am längsten herumlaufen deswegen weiß ich nicht welche waffe ich jetzt hier schon hochleveln soll wenn ich jetzt irgendwie mit ich meine ich werde höchstwahrscheinlich mit einem schwert hier die meiste zeit rumlaufen war sie ja nicht mehr und daher das übungs gelände der jedi aber es fühlt sich anders an da sollte da man laufen man laufen aber wenn noch ein bisschen weiterkommende oder auch wir sterben keine ahnung vielleicht kommen wir ja noch hier voran ein bisschen vielleicht hat ja ein cif trainings gelände gott da will ich nicht so helfen da wollte ich eigentlich gar nicht lange und ich bin irgendwie weiter gesprungen nach dem mann da geht so schnell in einander darüber so wie es da anscheinend kann ich doch um lang aber das sieht auch voll so aus als kannst du da irgendwie lang das ist ja gebrauchen da hoch bitte danke ach tragödie einmal irgendwie versteckt trainings punkt aus dem posten tempel irgendwas vielleicht finden wir ja irgendwie hier was wodurch irgendwie eine motivation bekommen wir weiter zu machen hier unten geht es immer noch strom vielleicht funktioniert hier noch mehr was ist das ja ja denkst du die hält uns aus ich werde ja drin finden was für den ersten teil in dieser tempel waren also unsere motivation für die reise oder so ne vorsicht bitte auf die ich kann so schnell wie möglich meisterin kree tut mir leid aber es muss sein das wird mein gedächtnis komplett gelöscht nein nur das was der rat verlangt hat dann werde ich mich wenigstens an sie erinnern ich bin bereit wie lautet dein name droide zna 4 natürlich wie kann ich dem orden dienen sie sag mir wie ich durch den kobo abyss komme diese information befindet sich nicht in meinen speicherbänken meisterin kree ihr wisst dass die republik eine komplette evakuierung angeordnet hat ich weiß darum habe ich eine sehr wichtige aufgabe für dich sie hier für dich ein stimmer oh ein sehr gutes modell meine güte benutze ihn um die altanlage zu öffnen reise unterirdisch halte für niemanden an das ist ein befehl sie kenne ich nicht mit ihnen nein der schlüssel nach tennelor ist in dieser anlage du musst dich beeilen ich fürchte sonst ist alles verloren möge die macht mit dir sein ich glaube dieser droide ist seit jahrhunderten hier mir mhm und das stimmt aber woher ich bin klar das ist wir werden wir helfen ich mache das ist irgendwie so ein speicherpunkt ist man auch ein bisschen weiter später nicht einfach abschneiden mich dann einfach abschneiden natürlich zu einfach gewesen so werden da oben geguckt von daher muss ich diese von bei so einer anlage wo die rausgekommen sind also kann natürlich sein dass ich ein bisschen blind bände aber so klar schalten wir auch nicht immer zu sein wo man gerade hin muss was man machen muss ich muss ja so bella einpacken ja das ist mir schon klar jetzt ganz echt so blind kann jetzt nicht sein aber da ist ein ball natürlich so einfach gewesen man muss sich daraus ziehen ich trage lieber ein poncho ja da komme ich nicht hin da kann ich euch werfen und hat er kaputt geht ja kann ich zwar ich habe den ich wurde bei einer mission zum retten lange geschichte ich weiß nicht warum ich aus reflex irgendwie einfach probiere irgendwie so schluchten zu sprengen ich weiß nicht funktionieren die lackierung okay definitiv irgendwie so ein tempel oder irgendwie so was hier ist sie war begraben hat sie hängt da fest okay das schlecht schlecken schnecken schnecken schnacken mein gott schlecken darf ich mal sehen nun ich ich muss zugeben ich benötige eine also sie das ist ein planet Versteckt in dem Kobo-Abiss. Hm, dort steht ein Jedi-Tempel. Eine Bastion des Lichts des Ordens. An der Grenze der Galaxis. Zumindest hoffte meine Meisterin, dass Tenelor das werden würde. Das reicht jetzt mal. Wir müssen hier nur irgendwie weg. Nun, dabei kann ich helfen. Ist er das oder das? Oh, ja, das ist der Weg. Mir nach. Ich werde irgendwo den Abgrund unterfallen. Jetzt sehe ich, wo wir sind. In einer Meditationskammer. Meisterin Kree hat sich, die die auszuwählen. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nur nicht, wer es ist. Meisterin Kree hat einen brillanten Verstand. Kannst ihr sie kennen? Kann ich nicht behaupten? Egal. Aber ich denke, sie hätte euch gemacht. Widerstandskraft. Das ist ein Bonus in den Spiegel. Da muss ich verabschieden. Da muss ich verabschieden. Widerstand, das klingt nach mehr Abwehr. Da würde ich voll draufstehen. Das klingt nach mehr Abwehr. Ich weiß nicht. jetzt wieder in der cantina die tür ist jetzt offen warte mal das dinge nachdem der eine gesucht hat keine sorge du bist nicht allein die ist sowas von tod der nämlich der partei war der eine typ besucht hat so aber ich würde dann sagen die meditationspumpster unten folgt sie mir bis hier hin oder jetzt gehen wir hier rein ja mal kurz ich bin kein spiel und der battle raider ich bin ein freund von kestes karl was ist ich hab dir gesagt kumpel du bist in der falschen cantina ich hab noch nie von einem karl kestes gehört ach der karl kestes ich hab das gehört du bist da schön dich zu sehen greece strides das ist bode kona er war auf coruscant ohne ihn hätte ich nicht überlebt oh na dann freut mich wirklich sehr allerdings ist es leider so dass ich kein bett mehr übrig habe moment noch so einer karl du hast die sehr schlechte angewohnheit streune aufzulesen ich bin zna 4 bescheidene dienerin des uns der jedi oh sie ist nicht auf dem laufenden sie war unterirdisch gefangen so ein design habe ich noch nie gesehen schon fast ein antiker druide hast du da unten vielleicht was gefunden das kreditswert ist kredits karl sie haben mich gerettet aber ich muss sie um noch mehr bitten oh ich wusste es meisterin satari befahl mir die waldanlage zu öffnen aber in meinem zustand kann ich diese pflicht nicht erfüllen bitte wenn ich scheitere ist der schlüssel nach telenor vielleicht für immer verloren moment sagtest du gerade ternalor du hast davon gehört das ist eine alte prospektorenlegende über eine verlorene welt voller schätze vielleicht beweist der druide dass es kein mythos ist sollten wir uns ansehen ja aber erst werde ich die mantis reparieren bevor die raiders sie holen ich werde mit dir gehen du reparierst und ich passe auf äh und ich gehe mit den tiern neben seer kann ich keinen besseren scharf schützen ok wir schauen nach der mantis und ich sehe nach was da im wald ist danke karl sobald ich wieder voll einsatzfähig bin komme ich zu ihnen in die waldanlage vorwärts äh sie moment altes mädchen während die tapferen helden aufbrechen könntest du doch die schubdüsen runterfahren dir nach ich kümmere mich um deine wartung und erzähl dir wie es um die galaxis bestellt ist ich werde den salon schließen bevor die raiders noch zu erleben die hintertür ja das klärchen das klärchen aber erst mal ich mache ich ein dicker mittagsschläfen ich meditiere matth natürlich ich glaube es mir man muss mir hin zu mir verfügbar drum aus laden freigeste ok 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 darum kümmern wir uns irgendwann mal kommt sofort als das mädchen aber ich denke du würdest es mehr genießen wenn wir zuvor ein wenig plaudern schneide ich an diese infos sind bestimmt schwer zu verarbeiten oh komm schon ich kann mit schlechten nachrichten umgehend lass mich weg gut fangen wir an vor einigen jahren beschloss der oberste kanzler dass demokratie außer mode ist und erklärte sich selbst zum imperator die republik gibt es nicht mehr heutzutage gibt es kaum noch planeten die nicht unter imperialer kontrolle stehen das ist in der tat eine katastrophe als das mädchen du hast kaum noch energie sollen wir eine pause einlegen damit du dich frisch machen kannst demokratie außer mode ich meine ja ich muss mal ganz kurz hier nach unten und den partner und meditieren und so ne gegenstände gefunden ok warum wird mir jetzt so angezeigt wenn die sind wir eingesteckt wenn ich hier mit erzeugungspunkt bin der boni lass mal zeigen block anzeige wird erhöht ich hätte gedacht so irgendwie und ich kann noch drei auswählen ich hätte gerne mehr so verteidigung mein gott da ist auch eine menge dann fähigkeiten hatte ich nicht ein und erneut schon ausgegeben ok ausgang gut da würde ich sagen das war es für diese folge ist ein bisschen länger aber dafür haben wir auch so relativ story mäßig was geschafft würde ich sagen naja ich weiß nicht wenn ihr irgendwie im irgendwie was noch so einfällt weil ich hätte hier bestimmt da unten aber irgendwie komme ich da nicht darunter meditationspunkt sind weiße meditationspunkte sagen wir die schon gesammelt haben oder nicht dann auf rechten seite steht steuerkreuz nach oben und unten damit man die ebenen wechseln kann aber irgendwie komme ich nicht runter da wird keine ahnung und schauen tun wir uns dann ein andermal würde ich sagen und da möchte ich aber sagen heute werden wir im partner und richtig mit hier um danke und dann beim nächsten mal geht es dann wo sie nicht weiter kann ich von ihr aus schnell reise machen weil ich weiß ich auch zu gehen irgendwie was finde was ich wahrscheinlich nicht machen werde naja ich werde ich wahrscheinlich nicht viel auf screen suchen aus dem gefällt was in dem auf dem part sein in dem part sein oder so oder auf weil ich weiß ja nicht wann irgendwie was passiert vielleicht könnte ich ja vielleicht durch die kantine hier oder in saloon oder was auch immer hier verlassen und dann kommt schon direkt irgendwie was da ihre mäßiges und ja dann ist es nicht so als könnte man irgendwie so speichern oder so und er ist automatisch deswegen mache ich lieber nichts auf screen wer sich sich erstellen kann wird irgendwie nichts hier passiert gott aber ich würde sagen dass wir diese folge in der nächsten folge jetzt am weiter mit was auch immer vielleicht ein bisschen zufällig herum vielleicht mal ist weiter mal schauen ich sage jedenfalls dankeschön fürs zuschauen ich habe euch hat die folge fallen wenn das bitte ein kommentar so sehr freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss